jetzt hallo und herzlich willkommen das war zu früh schweiß hallo leute so was trinken willkommen zurück der sagt schon willkommen dann brauche ich das ja nicht machen ja wir machen mal ein netzplayer von das wird eine vorabaufnahme und wie ihr hier so sehen könnt hier so hier so hier so ist eine facecam da und ja ich habe mir eine neue gekauft weil die alte das sah aus als hätte man mit einem toaster aufgenommen ganz ehrlich und zwar war das diese also diese webcam halt mit einer webcam eine webcam aufnehmen das ist auch mal geil auch mal geil ähm jaja gut machen wir ein neues spielchen an den nutzer neuer benutzer hinzufügen ach kann man mehrere benutzer auswählen das ist ja super ich nehme auch mal rontex lp neu ck k an die h wunsch x lp so es gibt bereits einen nutzer nach das ist auch groß geschrien das x was die gerade röpsen also ja gekonnt abgewährt aber dann mache ich einfach rontex und dann geht das schon was solls ähm bitte was ich will mich ja anmelden alter ah jetzt geht es jetzt machen wir ein neues spielchen ja bejeweled free ein kleines let's play ich weiß nicht ob es so klein wird aber mal gucken machen wir gleich mal ein spielchen zack ja ich mache das video hier auch white screen weil das einfach bei der testaufnahme ich habe eine testaufnahme gemacht white screen sieht das eigentlich best ganz gut aus ähm ja gut machen wir einfach mal suche das spielen wir erstmal durch und dann machen wir den rest suche suche beende suchen um die relikte von bejeweled wiederherzustellen falter 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 kannst du falten aha wer faltet denn die falter rücken mit jedem zug bestimmt von der deutschen bahn mit jedem zug ein feld hoch kombiniere 15 falter oder befreie sie mit spezialsteinen ehe einer einer die spinne erreicht je je alter da ist eine spinne hat man einen latschen warte mal ich ziehe mir mal einen latschen aus ah so jetzt haue ich die kaputt mhm 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 geht nicht verdammt ich komme nicht ran mit dem latschen das ist ja blöd so na gut genug umgeeiert ja die aufgabe bei bejeweled ist halt die schmetterlinge zu kombinieren quasi entweder mit so ein 3 mit 4 so wie jetzt oder ja these du hast einen flammstein erzeugen den du 4 steine in einer reihe kombiniert hast verwenden die ihn in einer kombination so dass es kracht ne es kracht auch gleich alter hier hier alter ne na gut bestimmt hier so laut apropos ähm das will ich mir hier gar nicht sagst du los sagst du los brav gut ja so zurück ja das ist jetzt ein angenehmer auch schon da haben wir 4 3 oder ein t also hier 3 oder hier so na also ja werde ich euch noch zeigen das wird definitiv noch passieren oder 6 so wie jetzt jetzt kriegt man nämlich einen super würfel und mit dem kann man könnt ihr ja lesen ähm oder mache ich für euch du hast einen super würfel erzeugt in dem du 5 steine in einer reihe kombiniert hast tausche ihn mit einem nachbar stein um loszulegen nachbar stein muss ich jetzt zum nachbarn rennen und nach dem stein fragen oder was alter wie umständlich ich rede nur scheiße zum beispiel kann man mit dem die aufwählen da werden alle die zerstört quasi ich weiß gar nicht wo die wo die kämen klatschen soll ich glaube die mache ich jetzt zwischen zwischen das feld das sieht man ja ähm später oder vorher auch ich weiß das gar nicht gut dass da so die mache keine ahnung mach ich so dazwischen einfach äh wo gut weiter geht's ja mal sehen wie viel wir hier schaffen ich hoffe mal genug wie viel soll ich machen 15 15 falter soll ich kombinieren ok werde ich dann mal machen einfach hier das ist schon mal ein ja l symbol quasi da kann man so ähm ich lese mal vor du hast einen sternstein erzeugt in dem du eine eine überkreuz kombination gebildet hast ein jesuskreuz quasi ne das nicht aber überkreuz halt und nein wenn ich das jetzt so auswähle passiert was ganz spektakuläres da muss ich auch gleich mal hingucken boah hammer sieht hammer aus wahnsinn so ähm was machen da jetzt hä falter wo hä wo sind hier ein falter wieso nix siehst du da ein falter siehst du da ein falter irgendwo ich erkenne hier keinen was denn so hä ach da ach der kam bestimmt noch keine ahnung weiß ich nicht bam zack hier ist jetzt Musik bei zack zack das stört der Gamer nicht sonst würde ich der Gamer mal sagen geh mal nach hause aha ach man diese Witze das ist einfach aber das kennt ihr ja das ist Standort bam ich bin noch nicht einer noch zack Suche beendet Sprengmeister abzeichen cool ich bin Sprengmeister das ist super kann ich mal kann ich mal kann ich mal sämtliche Schulen sprengen einfach oder ich spreng einfach mal den Rahmen ah es ist einfach Stirn juckt und ja meine Haare habe ich immer so kurz also hab die mir gestern auch erst geschnitten weil waren wir zu lang ähm ja jetzt machen wir Goldrausch weißt du wenn du die Gold durch die Nase ziehst weißt du dann bist du auch im Goldrausch weißt du gibt es sogar im Video das heißt das ist das Musikvideo zur Sonne ähm da zieht die das Schneewittchen quasi zieht sich da so erstmal eine Goldline quasi und die ist dann auch im Goldrausch also fand ich lustig gut weiter geht's kombiniere Steine in Bodennähe um zu graben grabe 5 Gold Nuggets aus ehe die Zeit um ist wenn an Gold Nuggets denke ich immer wenn ihr auf Klo kann ihr auch Gold Nuggets reinsetzen weißt du aber ich glaube die wären nicht so gut würden auch nicht gut riechen ja ich drücke mal auf ok geht doch zwei Minuten mit Kombis graben ach scheiße ich kann jetzt gar nicht vorlesen weil warm warm so joa schwierig zu graben wenn die alle oben die vierer dinger gehen also die wichtigste Aufgabe sind immer drei zu kombinieren vier wären besser und auch ein Super Würfel ist sehr gut kann man zum Beispiel die weg machen dann kann man da schon mal das machen und ja jetzt bin ich noch ein bisschen an erklären weil manche kennen Bejeweled ja noch nicht gibt es übrigens auch fürs Handy Bejeweled 3 gibt es sogar kostenlos aber nur die Blitz Version die man auch bei Facebook spielen kann habe ich das habe ich das habe ich damals oft auf dem Handy gespielt bin ich ich weiß auch nicht was ich habe irgendwie was mit dem Rachen oder so ich weiß nicht ich muss oft husten und muss auch viel trinken gerade ich weiß auch nicht was damit los ist keine Ahnung keine Ahnung so wollte ich jetzt Mikro kommen mit der Flasche deswegen so ja das habe ich auf dem Handy das mit der Weile aber nicht mehr weil ja habe ich nicht mehr so oft gezockt aber damals habe ich das immer wenn ich im Bus gefahren bin oder so oder wenn ich lange Weile hatte habe ich das einfach mal gespielt Bejeweled Blitz heißt das kann man auf Facebook zocken oh man es ist so ekelhaft Alchemie verwandle das Spiel fällt in Gold eher die Zeit um ist ich würde mal andere Sachen auch mal in Gold verwandeln zum Beispiel ein goldenes Handy wäre auch schön oder ein goldener Aschenbecher oder weiß ich nicht wir waren noch beim Thema Gold Nuggets ne ich will nicht weiter drauf eingehen sonst hätte ich die Scheiße aufs Klo geholt nein ich will nicht darauf eingehen das ist das ist ekelhaft so 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 ja hier muss man halt die also immer in der Linie wo es die drei gibt in der Linie geht halt die Linie wo es Gold wird achso der das gibt es auch noch das geht auch und zwar kriegt man dann ein Flammstein und ein Sternstein ja so halt's Maul ich bin hier beim Erklären sind wir schon fertig was willst was willst du alter bin doch schon fertig der will sich mehr wichtig machen alter meine Nase das ist ein Traum Strata Max ich muss gerade über den Popschuss gucken deswegen Strata Max räume 120 Steine in 20 Zügen ab ich soll jetzt mit 20 deutschen Bahn Zügen fahren wie lange soll ich da warten die verspäten sich doch gründig abzuräumen ich räume gleich deine fresse ab alter ganz ehrlich paar pfeilchen so spezialsteine sind die wichtig in dem spiel das sind alles minispiele die ich gerade mache sind auch gut gemacht teilweise und auch teilweise auch recht schwer da werden noch Sachen kommen die sind echt gelitten da werde ich auch mehrere Anläufe brauchen um die fertig zu kriegen aber übrige Züge 3 oh ja das klappt ja noch was ist die Cam kann ich hier zwischen klatschen nicht achten nicht immer drauf deswegen muss ich mal gucken wo ich die Cam klatsche Diamantmine okay Balance oh scheiße das ist wieder schwierig das ist wieder eine der schwierigen Aufgaben weil Balance ist ich weiß nicht ob die Entwickler da gelitten haben aber ist eine schöne Aufgabe ja natürlich kann ich das nicht festhalten ich will festhalten na komm komm ich will nein nein scheiße geht nicht verdammt ich mach nur wie er scheiße das ist alter nur weil ich scheiße mache ja nein 12 ja geh runter alter geh runter geh runter geh runter hey komm mal runter alter hö ich habe das irgendwie von kajajana drin ich weiß ich weiß es nicht ist das keine ahnung schon auch braun juckt weißt du mal aufnahme da juckt einen alles weißt du kaum du nimmst den mal mit der kamera auf alter da juckt die die ganze fresse ganz ehrlich lawine kombiniere 80 steine ehe sich das spielfeld komplett füllt ja nach jedem zug nach jedem deutschen bahnzug fallen steine runter kombiniere 80 steine ehe sich das spielfeld komplett füllt was gehe nicht über los nee ich bin wieso ich spiele bijouro monopoli was geht ja das ist auch schwierig an manchen stellen da muss ich manchmal auch überlegen was machst du jetzt das war geil jetzt kann ich nämlich die meisten die hier sind wenn hier meist die meisten hier sporen werde ich dann zum beispiel so die dinger bahn werde ich dann ich drücke hier nicht ich muss hier beide in der nähe sorry ich sehe dings nicht das ist ein bisschen blöd deswegen mache ich das so dann sehe ich das teilweise weil das ding ist zu hoch glaube ich das ding ist mir zu hoch das ist doch die höhe man ich habe gute laune heute ich weiß nicht ob man das merkt gerade aber am meisten merkt man das wenn die scheiße rede dann merkt man schatzsuche entdecke drei vergrabene schätze ehe die zeit um ist ja hier muss man die drei schätze sind im sand versteckt enthülle sie vollständig ehe die zeit um ist ich erkläre das mal weil ich kann das ja nicht erklären weil es läuft auf zeit es geht so dass man unter den steinen ist ja sand und wenn man die steine kombiniert geht der sand weg und man sieht den hintergrund und man kann da zum beispiel diese schätze finden halt werde ich mal demonstrieren gerade so weißt du jetzt ist es hier hinter und jetzt hier hinter ist was und das muss ich halt freilegen später also wenn das wenn man sich zeit lässt bedeckt der sand sich automatisch auch wieder also wenn wir das wie zur hölle ist der entstanden hä kam da einfach so strange strange zack bam ich weiß nicht wo die wo die dings klatschen soll das mache ich dazwischen das mache ich ein rennwillig höll ich einfach ich überlege mir das nach dem video wenn ich das so gemacht habe einfach ich mache gerade mal eine pause kann ich nachher mal kann ich nachher mal sehen wie lange ich aufnehme 21 minuten schon das ist doch super kann aber abweichen wie 21 minuten ich mache jetzt bis 1640 ich muss nämlich aufpassen weil ich habe nämlich noch eine cola mit rechtsklick geht das auch ich bin nicht gerade aus Versehen auf die rechts klicktaste gekommen und ähm ja man ich wollte das doch vorlesen eigentlich vorher na gut dann erkläre ich das gleich ja ähm ne ich habe nicht noch eine cola im froster und bevor die dann explodiert wie eine landmine bevor die da explodiert wie eine landmine quasi ähm will ich die lieber 40 rausnehmen also 1640 jetzt haben wir 1613 und ist eine 1,5 cola die dauert bis sie kalt wird halt und die brauche ich heute Abend eventuell weil ich noch was vorhabe und ja so jetzt aber die Bomben zählen mit jedem Zug runter zerstöre 10 Bomben lass keine keinen Zähler auf 0 sinken vor allem wenn man Bomben sagt ne dann kommt die NSA dann wird die NSA ja hellhörig also sag ich mal Bomben 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 naja gut es gibt sehr viele Views wenn man Bomben sagt gerade von der NSA so warm also hier muss man halt Bomben zerstören genau die muss man halt so kombinieren wie ja die Steine halt und also wenn man jetzt einen Spezialstein hätte ist es ja eigentlich auch nur dass der jetzt nichts bewirkt na gut so ein Flammstein kann man den auch zerstören aber nur wenn der das ist ja so dann